Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Ja, beim letzten Mal sind wir ja dann nochmal zurück und haben die Mission abgegeben. Und jetzt stelle ich fest, dass ich hier immer noch kämpfen darf in diesem Bereich. Am besten mit meiner Pistole, da ist sie. Okay, aim wie ein Affe, aber immerhin ein Aim. Oh, und keine Granaten. Das muss ich ändern. Sprich, einmal hier lang. Danke, ja, danke, 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 danke. Vielen herzlichen Dank. So, was ich eigentlich gerade machen wollte ist, äh, Pferde, werdet ihr auch Granaten kaufen? Willst du als Erster bei der Kamera sein, musst du die Konkurrenz ausschalten. Okay, merke ich mir. Ja, wir sind ja momentan dran, Missionen von der Story zu machen. Warum? Ganz einfach, wir haben nur noch diese. Und, ganz ehrlich, ich will, glaube ich, dass mehr Schaden durch die Schilde kommt. Also, ich werde das Schildding erstmal durchskillen. Ähm, ja, Karte bitte. Gut, einfach, weil die diese Richtung folgen. Ja, beim letzten Mal war ich ja nicht so erfolgreich, was das Camping mit den Alien-Lebensformen anbetrifft. Mal ein bisschen davon. Schön an sich. War das Spiel aber doch an der Stelle recht einfach, weil ich ja eigentlich einfach durchrennen hätte können. Nachdem ich einen der relevanten Personen abgehakt habe. Ich mache mal hier Granatenhakel. Einmal Blattwing. Da die Kugel durch. Und, ich glaube, das waren alle? Nein, da ist noch einer. Hä? Zweite da. Na gut. Wollen wir das doch mal so stehen lassen, ne? Ja, ich jetzt nicht weiß, ob ich in die richtige Richtung renne. Aber ich weiß, dass meine Tastatur immer weiter nach hinten durchrutscht. Ich muss da echt mal ein Blockadebrett vormachen, damit die nicht immer abhaut. Never mind. Ähm. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich in die richtige Richtung renne, aber ich muss hier runter. Zumindest hat das die Karte angezeigt. Sprich, ich müsste ja in die richtige Richtung unterwegs sein. Und das bin ich auch offensichtlich. Ach so, das war die Tür, wo ich vorher nicht durch konnte, richtig? Richtig. So. Das heißt, Begrüßungskomitee gibt es auch dann direkt wahrscheinlich. Ich werde es gleich sehen. Moment. Ah, das ECO-Netzwerk funktioniert wieder. Ich habe doch keinen. Ich schätze, das verbinden wir dir. Denk daran, das Handelsnetz zu nutzen, wenn du was brauchst. Ich schätze, du findest da einige nützliche Sachen. Partner. Ach so, ich bin jetzt auf einmal ein Partner. Naja. Okay, Straße einfach mal eine Weile lang folgen. Ich glaube, immer noch ein bisschen folgen. Wir haben keine Zeit mehr. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Ach, wie cool. Hier darf ich rein hypothetisch gar nicht drin sein. Ich steige mal aus. Ja, also, keine Ahnung. Hier ist halt gar nichts drin. Man sollte auch auf den Fahrersitz steigen. Hier sollen eigentlich Gegner rauskommen. Na gut, ähm. Jetzt habe ich quasi sie überlabert. Tut mir leid. Ähm, ja. Aber ich weiß ja, was zu tun ist. Hoffe ich. Meine ich. Glaube ich. Äh. Okay, ein Stückchen zu früh abgebogen. Ähm. Ich wollte gerade sagen, jetzt hänge ich doch hier ziemlich mit dem Fahrzeug fest. Naja. So. Ach so. Na gut. Die sehr interessante Seilbahn, muss ich sagen. Von daher. Ab rein da. Ach schade. Ich dachte, wir haben eine Szenerie, aber was soll das 1-0? Fragezeichen. Bitte was? Ähm. Ähm. Hier habe ich Leute doch hier und hin, oder bin ich jetzt total beschucke? Warte mal. Hä? Ich glaube, ich bin falsch ge... Moment. Nochmal zurück. Kann ja passieren, Leute. Wie gesagt, das ist ja alles nicht ausschließbar, dass ich halt an falsche Orte reise. Erst recht, wenn ich nicht zweimal nachprüfe. Ja, ich bin nicht abgebogen im richtigen Augenblick. Classic. So, richtig classic. Aber schön zu wissen, dass es sowas auch gibt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann schießen da immer solche Kugeln von oben runter, wo die dann drin sind, die Einheiten. So, warte mal. Wie weit muss ich denn höchstens fahren? Okay, eigentlich nur den Bergpass hier folgen. Huch. Aber bitte nicht überkippen. Okay, hier darf ich anscheinend wieder nicht mit dem Fahrtschiff rein. Wer hätte ich gedacht? Wieder erwarten, natürlich, ne? So, Stelle gefunden. Ja, natürlich. So. Also auch das Ding aktivieren. Wie ran? Ja, auf sicher. Wie hat der mich denn jetzt so weit gesehen? Ich bin ehrlich hier. So. Ich bin ehrlich. Äh, warte, was? Aber du hast gerade richtig gesehen, dass der hier gerade aus dem Boden aufgetaubt ist. Ja, komm. Und das war's. So, Moment mal. Ich habe glaube ich auch das falsche Schild ausgerüstet. Gerade habe ich festgestellt. 431. Hatte ich nicht schon eins mit 500? Moment mal. Meinte ich doch. Warum? Habe ich jetzt aus Versehen eben das Schild geben getauscht? Wahrscheinlich hier beim schnellen Aufsammeln von Kram. Egal. Wie weit muss ich denn noch... Ich muss da hinten hin. Okay. Ja, lad, durchsteht die Lampen danach wieder. Wie gesagt. Und hier alle sehen, dass ich nachhebe. Ja, jetzt renn hier nicht mal so weit weg. Ja, lad nach. Ich spame hier gerade die E-Taste durch, auch wenn es nicht nötig ist. Aber hey, immerhin, wir kommen voran. Äh. Wohl... Äh. Wohl an. Dann schwebe hier von dannen. Du komischer Typ. Und was auch immer euch gekillt hat, ich werde es auch sicher nicht sein, der als nächstes nach euch jetzt dran ist. Ähm. Die Frage ist jetzt nur, wo ich hin muss. Oh, okay. Nevermind. Man sollte meinen, dass ich schlau genug bin, um das zu sehen. Aber hey, wer bin ich denn, ne? Oh, Entschuldigung. Ich hab... Äh, Erkältung. Deswegen... Kann es gut und gerne sein, dass es noch häufiger passiert. Die Zeit ist so gut wie abgelaufen. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Okay. Wow. Jupp, der ist echt knallhart. Oh. Ich hab grad... Klappfing nicht gehabt. Warum auch immer nicht. Okay, wie gesagt, eben eines Affen hab ich. Aber wenn ich dann mal treffe, dann wirklich final. So. So. Schaut nicht so ne Licht gut aus. Moment, was? 60 mal 11. Ach, ich hab die grad nicht ausgerüstet, ne? Okay, ich hab 96 mal 9 schon. Also, never mind. Dann bleib ich bei meinen Equip. Ich weiß jetzt bloß grad nicht, was ich machen kann, soll, tu. Das vielleicht? Hallo? Erklärung vielleicht, ob das wäre ganz praktisch. Oh, ich seh auch was ganz Fantastisches da. Moment. Ja, die Luftsteuerung, ne? Ihr wisst ja, das ist immer das Schönste. Okay, das ist eine Schritte, da sag ich sogar okay, da schmeiß ich eine weg. Was hat das? Die hier, ne? Genau. Wegwerfen. Da nehm ich die dann mit. Ach so, ich muss hier tatsächlich sogar runter, seh ich grade. Gibt's noch einen anders laufenden Weg? Boah, ich glaub ich, doch. Doch, 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 das soll ich's schaffen. Ja, bis auf die Vorderkante bin ich gekommen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Oh. Das war aber auf jeden Fall nicht der wahrscheinlich. Da ist noch so eine Special-Kiste. Okay, 200 etwas. Bei beiden, ne? Ja. Nichts Besonderes dementsprechend. Ähm. Warum schaut das so nach Lebensform aus? Entschuldigung, da ich hochziehe, aber es geht grad nicht, Nase zu putzen. Oder? Was noch die Zeit? 50 Minuten? Okay, ich greife mir einen Taschentuch. Moment. Ja, schnupfen ist was Schönes. So, bin mal kurz ruhig. So, bin wieder da. Einmal kurz die Nase richtig ausgeschnauft. Hört sich an wie eine Trompete übrigens, by the way. Falls es jemand interessiert. Aber jetzt sollte ich, naja, etwas weniger Probleme haben mit dem Thema Atmen. Okay. Oh, okay. Schießt halt mal komische Layser aus euren Pöschchen. Ich, also, glaubt schon, dass es die Pöschchen probus sind. Ich würde mich da mal in den Kampf begeben mit Gegnern, die nicht auf Entfernung treten. Weil einfacher zu treffen. Nächste Level. So. Muss ja auch noch drin sein, ne? Auf jeden Fall durch Schilde, wie ich gedacht. Ich begebe mich jetzt mitten in den Kampfbereich. Ich weiß halt echt nicht, ob das so gut ist. Da wollen wir auch hier noch die Granaten legen. Wir brauchen Granaten. Lutwin. Lutwin, bitte. Lutwin, bitte. Lutwin. Lutwin. Ja! Ich sterbe lieber durch diese Viecher, als dass da noch irgendwelche was einhalten sind. Oh, Moment. Ah, gut. Nevermind. Gerade die Munition leer gegangen. Das lag daran, dass ich wieder zu vorlaut wurde, würde ich mal behaupten. Bitte was? So, das war jetzt meine Antwort darauf. Und ganz ehrlich? Hier. Wegwerfen. Im Tausch so eine Alienwaffe zu kriegen? Auf jeden Fall. Was ist das überhaupt für eine? Äh, da. Zwar schlägt die Blitze nie zweimal an derselben Stelle ein, aber er kann überall einschlagen. Okay. Ja, gut. Nicht gerade das Ultimative, aber wahrscheinlich ganz praktisch gegen die im Kampf. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt zusehen, dass ich halt wieder Munition finde. wieder. So. Nop. Nop. Weiter hier lang. Und. Und. Wurden, da Okay Also Okay, dafür muss ich wieder was rauswerfen Äh Ja, komm Und die auch Noch ne Trophäe für meine Wand Na gut Ich hör den Aber ich seh ihn nicht Okay Das ist ja mehr oder minder auch gut fast Okay, Raketen Weil Raketenwerfer Natürlich Warum auch nicht Ähm Da oben Jupp So Da sind die Einheiten noch Das ist mehr als ich erhofft hatte eigentlich Aus Ja Dem Widerstand, den ich Gehofft habe Zu treffen Es war halt so Gedacht, okay Es sind vielleicht wieder nur ein paar Männer Aber nein Das ist ja vielleicht eine ganze Armade an Leuten Äh Hallo Bitte Achso Ich muss da gar nicht hoch Aber die Zunge kann ich holen Hua Huff Ähm Was haltet ihr von meiner letzten Warnung? Also ich weiß nicht, ob die letzte Warnung jetzt nicht rübergekommen ist Oder ich sie nicht verstanden habe Aber Keine Ahnung Irgendwie War das nicht sehr warnend Bitte nicht selber nachmachen Ich, äh Shortcutte häufiger Ah, okay Das ist schiefgegangen Versuch was wert Normalerweise kriege ich es auch hin Mal kurz den davon Bin ich Ja, da ist die richtige Richtung Gut Wahrscheinlich war ich eine Sekunde schon zu früh abgesprungen BZW zu spät Man weiß es nicht Wie es auch sein sollte Es war nicht schlau Das heißt, den einen Shortcut mache ich, aber den anderen nicht Ich habe noch ein anderes Problem, ne? Ich brauche was, wo ich mein Geld ausgeben kann Alles klar Ähm Habt ihr auch gesehen, oder? Hey, ja Ich bin zwar eigentlich ein festes Objekt Aber Nein Okay Anlauf Nummer 3 Und ich glaube, ich laufe jetzt einfach ganz normal Eigentlich Ohne Spaß Eigentlich mache ich das mit links, solche Shortcuts nutzen Aber warum er da jetzt eben so runtergeklippen ist Ja, aber ich habe ein bisschen herumgeschwenkt zu schnell Mit der Maus Was eigentlich für und an sich kein Problem darstellt In die Richtung kann ich nicht, ne? So Echt dumm von mir gewesen Eben Nicht die zwei Tote Eigentlich wieder so richtig hart unnütz Weil ich einfach so Shortcuts machen wollte Aber hey Passt schon Ich weiß nicht, ob man Stelle gefunden sagen kann Wenn eigentlich noch gar nicht gefunden ist Weil genau genommen ist dann gar nichts gefunden Was Was Für Wukra kriegte ich gerade hier Schaden Was Und Or Oh, der Knäckziger, Spielhäckchen. Naja. Hab noch was vergessen. Ich mach ja mehr Schaden, wenn ich, äh, ja, kein Schild habe, ne? Warum auch immer gar nicht mehr dachte. Aber es gab wahrscheinlich Gründe. Okay. Ich sollte mich jetzt mal mehr drauf fokussieren, Moment mal, mich nicht, äh, zu häufig treffen und auch mehr auszuteilen. Aber hey. Austeilen kann jeder, ne? Wirklich kämpfen kann nur einer. Huch. Okay, ja, ja, ja. Wo ist die... Hä, Moment. Ich laufe einfach frischen. Da ist er. So. Erzrechter. Schüß. Glauben. Schüß. Ich glaube, da ist er hinter mir. Äh, hallo. Du bist da. Ich weiß nicht, Der war unter mir. Und da ist immer sehr hoch. Ja, ich sterbe, weil die da... Oh, Quatsch! Komm schon! Echt jetzt? Ja, ich weiß, ich hab grad kurz Weißbild. Okay, ich möchte sagen, das ist jetzt richtig hart unfair. Ich sterbe, weil die dummen Viecher mich einfach in den Stuntblock halten. Und ich hab da drüben einen Automaten. Jetzt seh ich's erst. Gut, was ich jetzt noch sagen wollte ist, da hält's sowieso eh erst mal Part N ist, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erst mal vorab Schluss. Und ja, wie ihr seht, ich werde jetzt erst mal noch ein bisschen verkaufen. Aber wirklich viel machen, tue ich nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hab's ne schöne Woche. Hab's schöne Tage. Ich bin raus. Euer Starus. Haut rein. Und ciao.